Die Mercedes-Benz Fashion Week bekommt für die Präsentation der kommenden Wintersaison eine neue Location. Im historischen Kaufhaus Jahndorf in Berlin-Mitte finden in diesem Jahr erstmalig die Herbst-Winter 2017-Schauen statt. Das Warenhaus am Weinberg, so der offizielle Name des Hauses, wurde um 1904 von Adolf Jahndorf gegründet und war bis 1945 in Betrieb. Anschließend diente es in der DDR als Institut für Modegestaltung. Nach der Wende stand das Gebäude leer. Mittlerweile wird es als Event-Location genutzt und öffnet jetzt dem modebegeisterten Fachpublikum seine Tore. Eröffnet wird das viertägige Modespektakel am Dienstag mit einer Präsentation der Modemacherin Dorothee Schumacher. Noch laufen die Vorbereitungen. Ab Dienstag versammeln sich hier aber Einkäufer, Fachbesucher, Medienvertreter und Modefans um die Catwalks, auf denen Models die neuesten Modetrends präsentieren. Erstmalig wird auch dort das neue Format The Shop vorgestellt, das sich an Endverbraucher richtet. Dort werden für die Öffentlichkeit exklusive Designerkollektionen, Schmuck oder Accessoires zum Kauf angeboten. Vielen Dank. Vielen Dank.